Moin Moin zur Trailer-Analyse für den neuen B2W2-Trailer. Guckt euch am besten das Video dann einmal von Anfang bis Ende jetzt an und schreibt dann in die Kommentare rein, was ich nicht aufgelistet habe im Video. Ich werde bestimmt nicht alles gesehen haben und ihr habt bestimmt vielleicht auch Dinge gesehen, natürlich dann, die ich nicht gesehen habe. Ich werde nämlich dann die Kommentare so ein bisschen durchforsten, mir das durchlesen, das überprüfen und werde gerne aus euren Kommentaren das, was ihr gefunden habt, dann nochmal ein extra Video machen und das zusammenschneiden. Also, los geht's mit der Analyse. Gleich zu Anfang sieht man ja schon wieder das Düstere, was B2W2 haben wird. Gerade auch genau hier, wo der Arm so hochkommt, bis hier die Verheerung hochkommt. Die übrigens, wie man sieht, nicht mehr lila ist, sondern die ist jetzt irgendwie mehr so rötlich, was auf jeden Fall verändert ist zum Vorringen. Da war es noch ein bisschen mehr lila. Und es wurde ja auch schon gesagt, ja, aber das Spiel sieht ja gar nicht so düster aus. Wenn man die Overworld und sowas sieht, sieht das ja alles eher normaler aus. Ja, es soll ja jetzt auch nicht so düster gehalten werden, dass es alles komplett immer dunkel aussieht oder sowas in der Art wie ein Dark Souls. Aber die ganze Story und eben das, was wir jetzt auch gerade sehen, ist nicht typisch für Zelda. Das wird schon auf jeden Fall alles ein bisschen dunkler. Außerdem, wie man jetzt gerade auch sehen kann, sieht man hier gerade, ich nenne ihn weiterhin so, Ganondorf, mal richtig, also fast seinen ganzen Körper mumifiziert. Man sieht auch, dass er eher so ein bisschen kräftiger ist beim Brustkorb. Das heißt, ich glaube schon sehr stark, dass es dann wirklich Ganondorf ist. Hier kann man ganz gut erkennen, dass die Verherrung seinen rechten Arm angreift. Und was aus dem rechten Arm wird, wissen die meisten wahrscheinlich jetzt schon. Wir werden darauf natürlich noch ein bisschen mehr eingehen. Ganz so glücklich guckt der Link nämlich in der Zeit auf jeden Fall nicht. Außerdem sieht man jetzt diesmal Zelda richtig runterfallen. Im ersten Trailer hat man das anders noch ein bisschen gesehen, da ist Zelda irgendwie hinter uns so ein bisschen runtergefallen. Und die hatte ja Link festgehalten. Nach Link wird sie wahrscheinlich auch da gerade greifen. Deshalb werden wir wahrscheinlich getrennt. Und ich glaube auch nicht mehr, dass Zelda noch großartig spielbar ist. Wobei, vielleicht hat Zelda ihren eigenen Part im Untergrund, den wir spielen. Weil in den anderen Szenen sieht man ja Zelda nicht selber, dass sie sich bewegt oder sowas. Und dann haben wir nur Link. Aber es kann ja sein, dass sie vielleicht wirklich ihren eigenen Part haben, den man immer spielen kann mit ihr. Und Link halt mehr so auf der Overworld ist. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Auf jeden Fall fällt Zelda ganz schön tief. Also es wird auf jeden Fall was im Untergrund in dem Spiel geben. Und dann startet der eigentliche Trailer, wo ich immer wieder oder jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Gänsehaut kriege, weil der Sound einfach geil ist. Und Link muss man wirklich sagen, Link sieht einfach aus, wie er das runterfällt mit den Klamotten und den offenen Haaren. Wie ein junger Gott. Was mir übrigens mega gut gefällt. Außerdem, was man jetzt noch sehen kann. Und da könnte man auch denken, okay, vielleicht haben sie das auch noch als Grund genutzt, warum sie Skyward Sword HD jetzt erst oder überhaupt remastern. Denn man ist endlich mal wieder über den Wolken. Könnte ja auch da sein, dass Skyward Sword HD und dieses hier storytechnisch sehr viele Zusammenhänge hat. Ich sag mal zu 200%, dass nicht unbedingt Story-Sachen sind, sondern zu 200% sind irgendwelche Anspielungen auf Skyward Sword in dem Game drin. Bestimmt nicht nur eine. Bestimmt ein bisschen mehr. Und zu 50% sage ich, dass es irgendwas mit der Story zu tun hat, die in Skyward Sword irgendwie auch vorkommt. Auf jeden Fall werden da Parallelen sein. Da glaube ich ganz fest dran. In der nächsten Szene sieht man dann den Link mit dem Gleiterflink auch die Haare wieder offen. Außerdem sieht man hier auch einen neuen Schild. Den gab es im ersten Teil noch nicht. Hinten sieht man schon fliegende Inseln. Hier rechts ist so ein... Ich habe gehört, dass welche sehen das vielleicht als Felsen. Für mich ist das eher ein großes Gebäude, was asiatisch wirkt. Denn so ein bisschen asiatischen Hauch hat das Spiel auf jeden Fall. Auch soundtechnisch. Auch am Ende hört man da so ein bisschen raus. Wenn ich die Kamera eben wegmache... So sieht man auch beim Paraglider einmal auf der Seite so ein neues Band und auf der anderen Seite auch. Danach sehen wir den Link nochmal. Übrigens, er hat hier andere Klamotten an, muss ich sagen. Die Schuhe sind anders. Die Hose ist länger. Das hat er, glaube ich, hier aber auch schon gehabt. Genau hier hat er es nämlich auch. Aber hier hat er das noch nicht. Außerdem natürlich kann man seinen Arm sehen. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das einfach nur eine Sache ist, die drüber gestülpt ist. Oder eine Prothese. Ob er wirklich seinen Arm verliert. Das könnte man nämlich auch schon denken. Weil man das nicht richtig überkennen kann. Weil es wirkt wirklich so, als wenn das perfekt seiner jetzige Hand oder sein Arm jetzt ist. Was man aber noch sehen kann, ist, dass das natürlich optisch sehr geil aussieht mit den Lichteffekten. Man darf nicht vergessen, der erste Teil wurde für die Wii U entwickelt und auf die Switch geportet. Dieser Teil wird nur für die Switch entwickelt und kann deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen besser sein. Aber vielleicht sehen wir hier auch gerade wieder mal die ominöse Switch Pro Fassung. Wenn das Ding überhaupt irgendwann mal noch rauskommen sollte. Dann ein neuer Gegner. Und hier habe ich jetzt gerade das Bild, merke ich, gerade sehr gut festgehalten. Man sieht hier auch dieses Grüne wieder. Was man von den Zonai, oder wenn man denkt, dass es von den Zonai vielleicht auch ist, oder zumindest von diesem Arm, der Ganador festgehalten hat, wirkt auf jeden Fall sehr ähnlich. Der Kopf wirkt ein bisschen wie so ein Exalfos. Und was ich noch nicht irgendwo von jemandem gehört habe, war, guckt euch mal diese Dinger hier an, die hier dran hängen. Die sehen aus, als wären das die Jäger-Symbole. Denn die Jäger sind nicht besiegt worden. Sind die Jäger vielleicht doch confirmed? Also im Endeffekt hast du Kuga besiegt und Kuga fällt runter. Ist er gestorben? Weiß man nicht. Aber sind die Jäger alle gestorben? Nein. Die Jäger sind ja weiter hinter uns her gewesen. Und dementsprechend werden die Jäger wahrscheinlich hier auch ihren Auftritt haben. Ist ja im Endeffekt nur das umgekehrte Symbol von den Shikah. Aber warum hängen diese Symbole hier dran? Ich hätte mir zu höchsten gedacht, dass ich das Ding auch noch drehen kann. Und das wäre das Ganze wäre Quatsch. Aber ich glaube nicht, dass sich das hier wirklich noch komplett einmal um 180 Grad oder so dreht. Und deshalb glaube ich schon, dass es vielleicht von den Jägern gebaut wird. Nur komisch mit, was für einer Mechanik das Ganze läuft. Dann als nächstes sehen wir mal, was unten stattfindet. Was man übrigens nicht sehen kann. Und deshalb habe ich schon so ein bisschen die Vermutung, entweder ist das, was wir hier gerade sehen, am Anfang des Spiels. Und wir schreiten erst vorher weiter voran. Oder es gibt wirklich Zeitreisen in dem Game. Denn man sieht die ganzen Wolken-Sachen nicht. Bzw. die ganzen Inseln nicht. Die Wolken sieht man jetzt auch nicht wirklich. Aber man sieht keine fliegenden Inseln, wie man es am Anfang des Trailers hier schon gesehen hatte. Und wo sind die hin? Das ist halt die Sache. Vielleicht ist das wirklich eine Zeitreise oder muss der erst hinspielen? Denn Link hat hier übrigens auch noch einen alten Schild an. Er hat noch alte Klamotten an, auch das Reckengewand. Und seine Haare sind auch noch festgebunden. Also noch einen kleinen Zopf hinten. Warum sind das hier alle Szenen? Als würde man BOTW 1 noch spielen. Mit minimalen Änderungen. Also eine Art DLC. Aber nichts vom Großartigen von der Welt noch sieht. Also diese ganzen Inseln sieht man halt nicht. Und Link wirkt halt von den Haaren und von den Klamotten auch her. Als wäre es noch am Anfang des Spiels oder was ganz anderes. Was man hier natürlich auch noch ganz gut sieht, ist natürlich, dass die Boklins eine Festung auf den Ivarok aufbauen. Was ganz witzig ist eigentlich. Und dass die Boklin-Hörner jetzt gewachsen sind. Ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist. Aber Boklins haben auch schon vorher so ein kleines Horn gehabt. Mittlerweile sind die gewachsen. Da kann man natürlich dann auch sagen, dann ist ja wohl ein bisschen Zeit verstrichen, dass das passiert ist. Aber jetzt mal ernsthaft. Wer hat das vorher gesehen, dass die Boklins wirklich schon vorher ein kleines Horn hatten? Ich habe das darauf nie geachtet. Und jetzt, naja, fällt das natürlich sehr stark auf. Hier sieht man das dann mit dem Arm. Und Link wird hier wahrscheinlich am Boden liegen, wie es aussieht. Weil wenn man nämlich die feurige Szene gesehen hat, wo er hier ist. Nämlich hier. Da wird er ja befallen von der Verheerung, die seinen Arm angreift. Und ich denke mal kurz danach liegt er wohl am Boden. Aber komischerweise ist es da nicht so, dass seine Hand... Vielleicht wird die Hand ja wirklich auch dann kaputt gemacht. Also vielleicht ist der Arm wirklich ab und danach kommt was. Und ich weiß nicht, von wem das jetzt ist. Es gibt ja auch ein paar Dinge, wo man denkt, das könnte was mit den Sonai zu tun haben. Die ihm dann einen neuen Arm geben mit den Fähigkeiten. Hier sieht man dann auch die erste neue Fähigkeit, die er nicht aus dem Shika-Slate rauszaubert, sondern aus seinem jetzigen neuen Arm. Und ein... Ja, wie kann man das Ding wohl am Ende nennen? Shika-Arm ist falsch. Ich kann mir vielleicht vorstellen... Mal gucken, ob ich am Ende richtig liege. Das wird irgendwie sowas heißen... Es ist ähnlich heißen wie Sonai-Arm. Die erste Fähigkeit ist übrigens nicht einfach nur die Kugel da anvisieren und dann kann man die zurückrollen lassen. Das habe ich übrigens am Anfang mal ein bisschen falsch gesehen. Nein, wenn man das jetzt mal sich anguckt, wie das aussieht mit dem ganzen Schwarz-Weiß und so. Außer, dass die Gegner ein bisschen minimal Farbe haben sie noch. Und die Gegner, wenn man sie sich anguckt, laufen ganz normal weiter auf dich zu. Aber die Kugel fliegt zurück. Und woran liegt das? Wir spulen die Zeit zurück. Die Kugel kam ja auch erst auf uns zugerollt. Wir haben die Kugel anvisiert und wir können die Kugel jetzt zurückrollen lassen, weil wir eigentlich im Endeffekt die Zeit zurückspulen. Nur für diese Stahlkugel, aber nicht für die Gegner. Ist die Frage, ob wir das auch noch für ganz viele andere Dinge nutzen können. Also ich meine, das werden wir wahrscheinlich. Aber vielleicht auch bei Gegnern. Das wäre natürlich ganz witzig. Ein Bockblatt kommt auf dich so zugesprungen und in der Luft machst du das und dann springt er einfach wieder zurück. Das wäre einfach nur Quatsch. Aber ich glaube, man kann da bestimmt mit richtig lustigen Kram machen. Das wird lustig. Das wird geil. Und wahrscheinlich werden auch wieder tausend Glitches irgendwie gefunden dadurch. Danach sieht man dann das erste neue Item. Ich habe erst beim ersten Gucken gar nicht richtig realisiert, dass es nur ein Item ist. Denn hier rechts ist ja der Arm. Er macht ja alles mit der rechten Seite, obwohl er Linkshänder eigentlich ist. Aber ich glaube, im BOTW haben sie es dann doch wieder geändert. Und hier links ist dann so ein Schild, woran ein Sonai-Symbol dran ist. Denn Sonai haben drei Symbole. Einmal den Drachen, das Wildschwein und die Eule. Oben rechts werde ich euch ein Video einblenden. Da rede ich mal ganz kurz über das, was wir bislang wissen zu Sonai. Nur mal so vorweg. Man weiß leider noch nicht viel. Und dieser kann halt Feuer speien, was natürlich gegen diesen Gegner auch ganz gut ist. Ich muss auch sagen, bei den Armen oder bei diesem Ding denke ich immer so ein bisschen an Arms. Jetzt wenn das so ein Arms-Arm ist aus dem Game. Ja gut, der Gegner kommt von oben runter. Ist ein komplett neuer Gegner. Auch irgendwie befallen mit irgendwas. So wirkt das nämlich so pilzartig. Und hier hinten ist ein kleines Podest, wo ich gehe mal ganz stark von aus, dass wenn wir ihn besiegen, dass wir da vielleicht eine Truhe finden. Vielleicht ist da ein Herzteil drin. Vielleicht sind wir hier in einem Dungeon irgendwo drin. Oder es ist einfach nur der Untergrund. Würde natürlich ein bisschen das widerlegen, was ich meinte, dass man mit Zelda größtenteils im Untergrund spielt. Oder vielleicht spielt. Aber vielleicht gibt es auch für Link Untergrund Sektionen. Wäre natürlich trotzdem cool, wenn man Zelda wirklich mal ein bisschen spielen könnte im Untergrund. Könnte wie gesagt aber auch ein Dungeon sein. Aber eine Truhe wird hier hinten bestimmt erscheinen, weil sieht aus wie so ein kleines Podest für eine Truhe. Und die letzte neue Fähigkeit, die dann gezeigt wird, ist dieser Wassertropfen. Was eine bessere Form von Rivalis Sturm ist. Kann man vielleicht nur an einzelnen Spots nutzen. Denn wie man sieht, hier ist so Wasser. Und hier ist auch so eine kleine Kugel, wo man so ein bisschen, ja, ein kleiner Wasser-Teich reinpasst. Den wir dann für uns nutzen, hochspringen. Und erst dachte ich übrigens, das gehört gar nicht zusammen, diese Szenen, weil die so komisch gecuttet sind. Aber ich glaube, die Szenen gehören zusammen. Denn Link macht so eine Art Schwimmanimation. Und wenn er da durchgeht, macht er das nochmal mit seinen Haaren, dass er so das Wasser abschüttelt. Und deshalb, ich kann mir vorstellen, das sind alles so kleine Punkte auf der ganzen Welt, dass wir irgendwo immer hoch teleportieren können. Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Fähigkeit durch ganz viele Dinge durchgehen können. Weil man sieht hier ganz klar beim Wasserpunkt, dass hier extra so eine Kugel ist, wo das Wasser reinpasst. Ich glaube nicht, dass es überall geht. Vielleicht ist es auch doch so. Vielleicht ist es auch einfach nur die Animation, die immer so aussieht, wenn du hoch springst. Kann ganz gut sein. Auf jeden Fall eine coole neue Fähigkeit, dass man so durch den Boden durchgehen kann. Mal gucken, wie es am Ende umgesetzt wird. Ob man das dann überall nutzen kann oder sehr oft. Auf jeden Fall nicht von rechts nach links, glaube ich. Ich glaube, es geht nur von unten nach oben. Und dass man damit natürlich nicht das halbe Spiel einfach durch die Wände durchgehen kann. Und dann ist man durch. Hier kann man dann noch ganz gut erkennen, die ganzen fliegenden Inseln hier oben. Man sieht auch endlich mal unten und oben. Ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Welten, kann man sagen. Dass dazwischen ein Ladescreen ist, wie bei Skyward Sword. Du kannst nicht alles auf einmal so gesehen bereisen, sondern du springst hoch. Und dann kommt ein Ladescreen und dann bist du in einer anderen Welt. Und wenn du da runter springst, wieder Ladescreen, untere Welt. So wirkt das zumindest für mich. Man kann auf jeden Fall mal hier oben und unten sehen. Komischerweise bei den ganzen anderen Sachen, wie hier zum Beispiel, sieht man halt die Inseln nicht oben. Aber ich habe ja schon gesagt, dass hier Link auch seine andere alte Rüstung anhat und seine altere Frisur, beziehungsweise den Zopf. Was man noch gut sehen kann, ist hier, dass hier unten das Donnerplateau ist. Das sieht man ganz gut an diesen pilzartigen Bäumen, was ich aus einem anderen Video mal noch entnommen habe. Hier unten sollen eigentlich fünf Sonai-Statuen sein. Das kann man im Original-BOTW nämlich finden an der Stelle. Wir sehen sie von hier oben nicht. Klar, wir sind sehr weit weg. Aber ich glaube eher, dass es daran liegt, entweder hat es wirklich was mit den Sonai zu tun. Die sind wirklich nicht mehr da. Wie ich schon sagte, vielleicht Zeitreise oder sowas. Oder aber man sieht sie nicht, weil das einzelne Felsen sind oder einzelne Steine sind, die darauf gesetzt wird und die nicht geladen wurden. Was ich, glaube ich, am ehesten denke, dass aus der Entfernung diese ganzen kleinen Dinge nicht geladen werden, weil sonst das Spiel am Ende nur mit drei FPS läuft und das macht nicht so viel Spaß. Und hier rechts sieht man auch noch so ein bisschen was Asiatisches, finde ich. Hier auch so diese kleinen, was soll das sein, Schreine. Hier kann auch sowas noch drauf sein. Vielleicht sammeln wir irgendwelche Dinge hier. Und ich hoffe auch darauf, dass wir wirklich wieder Herzteil und so sammeln können. Hier unten, wie Sie sehen, wir auch noch so ein Ding. Boah, wird das geil sein, die ganzen Dinge hier einfach alles zu erkunden. Da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Dann hört man wieder diese komischen Stimmen im Hintergrund. Die wieder so düster und weird wirken wie im ersten Trailer. Und ja, es gibt auch schon die Trailer rückwärts abgespielt auf YouTube. Ihr könnt da gerne, wenn ihr wollt, mal reinhören. Bei YouTube auch. Wenn ihr Bock habt, dann die Geschwindigkeit immer schön runtersetzen und gucken, ob ihr irgendwas da rausfindet. Ich nicht. Also ich höre da zwar Wörter raus, aber die hören sich... Ja gut, wahrscheinlich, dass die nicht deutsch sind, wundert mich jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, was das für eine Sprache sein soll. Entweder ist das eine komplett andere Sprache, die ich einfach nicht kenne und die es wirklich gibt. Oder sie haben sich da irgendwas ausgedacht und das werden wir im Spiel noch erfahren. Oder man kann das wirklich mit verschiedenen Tricks, Slowmotion, gewisse Soundänderungen, vielleicht doch mal richtige Wörter raushören. Aber weder vorwärts noch rückwärts höre ich da Wörter raus aus dem Englischen oder sowas, mit denen ich was anfangen kann. Und am Ende hebt das Schloss ab, wie man es auch im ersten Trailer schon gesehen hat. Nur hier so ein bisschen detaillierter. Und die Verheerung, wie man da auch sieht, wirkt wesentlich rötlicher als... Und hier hat man übrigens noch diesen asiatischen Sound so ein bisschen, was echt cool klingt. Deshalb meine ich, das hat so ein bisschen... also sehr starken asiatischen Touch. Auch diese Overworld. Aber ja, das Schloss schwebt einfach nur. Es fliegt jetzt nicht ganz hoch empor. Und hier sieht man auch die ganzen fliegenden Inseln nicht. Wo sind die denn alle hin? Ich sag ja, das ist entweder das Zeitreise oder das wird erst später im Spiel passieren. Oder aber komplett zwei verschiedene Welten. Lichtwelt, Darkwelt, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall so mysteriös, dass ich unbedingt noch mehr brauche. Jetzt werden die Leute... Ich dachte, die Leute werden weniger als nach BOTW 2 schreien. Ich glaub, die Schrein-Leute schreien jetzt noch mehr nach BOTW 2, weil sie eigentlich wissen, was hier Farce ist. Außerdem sind die ganzen Sachen nicht repariert. Aber man sieht ja, wie gesagt, oben sind die Inseln noch nicht. Vielleicht ist das repariert, wenn wir eine andere Zeit reisen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber ich dachte, die ganzen Sachen wären jetzt heile. Habe ich wirklich vermutet. Zumindest da ist es noch nicht so. Vielleicht ist es ja später irgendwann so. Wer weiß, was die da wirklich gemacht haben. Aber der Trailer so nebenbei ist natürlich voll geil. Also ich feier den. Ich krieg immer noch so ein bisschen Gänsehaut, gerade am Anfang mit der Mucke. Und ich find's so geil, dass Link wirklich aussieht wie so ein junger Gott. Es wird cool. Es wird einfach cool. Und grafisch sieht das Ganze viel besser aus. Bei der FPS weiß ich noch nicht ganz genau, ob es 30 FPS sind oder ein bisschen mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnten mehr sein. Vielleicht ein Ticken. Werden wir natürlich sehen, wenn das Spiel dann komplett rauskommt. Das erkenne ich jetzt noch nicht ganz so stark. Kann ja auch immer sein, dass diese Sachen, die sie aufgenommen haben, auf dem PC noch laufen. Oder sie laufen halt auf einer wirklichen besseren Switch. Das weiß ich nicht, ob diese Szenen wirklich komplett aus der Switch-Version genommen haben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gefunden habt. Dann werde ich mir das natürlich durchlesen. Und ich gucke mal oder überprüfe es, ob da was dran ist. Ich glaube, diesen Trailer haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Denn der wird wahrscheinlich jetzt sehr krass auseinandergenommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.